Das Tor zum Orient, die Türkei. Ihre Vielfalt ist eng verknüpft mit der bewegten Entstehungsgeschichte. Naturgewalten formten weltberühmte Landschaften. Hier treffen die Tierwelten dreier Kontinente aufeinander. Und ein sensationeller Fund belegt, die Türkei ist die Wiege unserer europäischen Kultur. Dirk Steffens erkundet, was die Brücke zwischen Europa und Asien so besonders macht. Er entdeckt manch Unbekanntes und erlebt einige Überraschungen im Land mit den vielen Gesichtern. Dieser Wasserweg ist Verbindung und Barriere zugleich. Der Bosporus. Wandernde Tierarten nutzten ihn als Brücke nach Asien. Und seit Jahrtausenden ist er Kreuzungspunkt großer Zivilisationsströme. Für die Seefahrer der Antike war die Passage wichtig und sie war berüchtigt. Dieses Nadelöhr zwischen zwei Kontinenten und zwei Meeren prägt das Schicksal der Türkei bis heute. An dieser Stelle dauert es mit dem Helikopter genau zwölf Sekunden, um von Europa nach Asien zu fliegen. Mit dem Auto schafft man die Strecke in zwei Minuten. Mit dem Fahrrad in fünf und zum Fuß in einer fünf Stunden ein Katzensprung. Diese Brücke da unten ist eine Interkontinentalbrücke und die führt von Europa nach Asien da drüben. Und gleichzeitig von Istanbul nach Istanbul. Denn diese Stadt ist die einzige Metropole auf der Welt, die gleichzeitig auf zwei Kontinenten liegt. Deshalb ist sie auch eine Brücke zwischen zwei Welten. Der Bosporus ist eine der wichtigsten und gefährlichsten Wasserstraßen der Welt. Jeden Tag fahren hier allein ungefähr 150 Containerschiffe durch. Und dazu kommen noch jede Menge kleine Boote und Fähren, die kreuz und quer unterwegs sind. An vielen Stellen ist der Bosporus ziemlich eng und kurvig. Es gibt auch oft schlechtes Wetter, Nebel und gefährliche Strömungen. Aber das war nicht immer so. Wenn ich an dieser Stelle mit einer Zeitmaschine ungefähr 7000 Jahre in die Vergangenheit reiste, dann sähe das so aus. Natürlich keine Schiffe und keine Stadt, aber auch kein Wasser. Denn die Meerenge zwischen Schwarzem und Mittelmeer ist erst später entstanden. Und einer Theorie zufolge auch nicht langsam, sondern plötzlich. Und deshalb hätte ich damals vor 7000 Jahren auch ganz im Ernst sagen können, nach mir die Sintflut. Gott sprach, ich will die große Flut über die Erde kommen lassen, um alle Geschöpfe unter dem ganzen Himmel zu vertilgen. So steht es in der Bibel. Allein Noah sollte mit seiner Sippe verschont werden. Ein Szenario globaler Vernichtung. Lässt es sich mit einer historischen Naturkatastrophe erklären? Das Schwarze Meer. Zur Türkei gehört der längste Küstenabschnitt dieses Binnenmeeres. Vor einigen Jahren fanden Forscher hier Hinweise für ein einschneidendes Ereignis. Vielleicht die Inspiration für die Bibelgeschichte? In Sedimentproben entdeckten sie Hinweise auf eine erstaunliche Vergangenheit. Nur in der obersten Schicht Schalen von Salzwassermuscheln. In den Ablagerungen ab 100 Metern unter dem heutigen Wasserspiegel finden sie nur Schalen von Süßwassertieren. Oberhalb davon Salzwasser vorne. Der Schluss, früher war das Meer ein See. Zahlreiche Expeditionen folgen. Bald stößt man in einer Tiefe von über 100 Metern auf Reste von Uferbewuchs, auf Strände und Dünen, mehr als 7000 Jahre alt. Das Echolot zeichnet ein Bild des Meeresbodens. Die tiefen Gräben sind urtümliche Flusstäler. Am Meeresgrund bilden sich aber keine Flusstäler. Ein Indiz, dass es hier einst einen tiefer liegenden See gab, in dem große Ströme wie die Donau mündeten. Der See war größer als alle heutigen Seen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass seine fruchtbaren Ufer dicht besiedelt waren. Vermutlich waren die Menschen in ihrer kulturellen Entwicklung der Zeit weit voraus. Von ihren Siedlungen fehlt heute jede Spur. Vor 10.000 Jahren gab es einen dramatischen Klimawandel. Die Eiszeit ging zu Ende und das Schmelzwasser ließ weltweit die Meeresspiegel ansteigen. Am Bosporus trennte damals nur eine schmale Felsbarriere, den großen See vom Mittelmeer. Den steigenden Wassermassen hielt sie nicht statt. Wissenschaftler haben errechnet, dass die Fluten des Mittelmeeres das Schwarze Meer binnen eines Jahres auffüllen. Andere widersprechen dieser Theorie, aber neue Hinweise stützen das Szenario einer Sintflutartigen Katastrophe am Bosporus. Okay, es gab also eine riesige Flut, aber war das auch die Sintflut? Und wenn ja, schipperte dann auch ein riesiger Tiertransporter über die Wellen, die Arche, mit Noah am Steuer? Noah sollte eine Arche bauen, um seine Familie und die Geschöpfe der Erde vor der großen Flut zu retten. So lautete Gottes Auftrag nach dem Buch Genesis. So etwa hätte das biblische Schiff aussehen müssen. Baumaterialien sollten Tannenholz und Pech sein. Auch die genauen Maße und die Stockwerkzahl waren in der göttlichen Botschaft vorgegeben. Alle Landwirbeltiere sollten in der Arche Platz finden. Aber auch Vögel und Gewürm, alles in allem mindestens 145.000 Tiere. Wenn man die Bibel wörtlich nimmt, dann war die Arche 300 Ellen lang, also ungefähr so groß wie die Titanic. Wie weit wäre Noah wohl mit so einem Gefährt gekommen? Statikberechnungen zeigen wahrscheinlich keine einzige Seemeile weit. Denn ein so großes Schiff, ausschließlich aus Holz, ohne eine einzige Metallverstärkung, das wäre wahrscheinlich sofort zerbrochen und gesungen. Mit Giraffe und Löwe, mit Elefant und Ese, mit Mann und Maus. Die Realität hinter dem bedeutsamen Bibel-Epos der Sintflut zu ergründen, beschäftigt dennoch viele Gläubige bis heute. Am Berg Ararat soll die Arche Noah gelandet sein, im Osten der Türkei. Seit Jahrzehnten bildet der mächtige Vulkan die Kulisse für Suchaktionen. Fände man Reste des biblischen Schiffes, wäre das eine Sensation. Doch die Region im Grenzgebiet zu Armenien und Iran war lange militärisches Sperrgebiet. Luftbilder wurden geheim gehalten. Verschwörungstheorien kursierten. 1995 gab das Militär die Aufnahmen frei. Fantasievolle Menschen sahen in diesem Fleck die Arche Noah. Öl ins Feuer der Archesucher. Auch hier soll ein Schiff halb im Gletscher verborgen sein. Am meisten Aufsehen erregt dieses Luftbild. Könnte das die versteinerte Arche sein? Amateurforscher aus aller Welt reisen in die Türkei. Es gibt bereits hunderte Berichte von angeblichen Funden. Keiner davon ist wissenschaftlich haltbar. Auch das ist nicht Noahs Arche, sondern eine Struktur aus erkalteter Lava. Typisch für den Vulkanismus dieser Region. Die Türkei wird geologisch in die Zange genommen. Das Land ist eingeklemmt zwischen der arabischen und der europäischen Kontinentalplatte. Die Spannungen entladen sich heute meist als Erdbeben. Früher auch in gewaltigen Eruptionen. Einer Legende nach beteten einst drei Baumeister um Material. Daraufhin ließ Gott die Vulkane so viel Lava ausspucken, dass die drei Baumeister, der Wind, der Regen und der Schnee, noch heute damit Landschaften bauen können. So konnte etwa die einzigartige Erosionslandschaft Kappadokiens entstehen. Von hier oben aus dem Ballon sieht die Gegend ja so ein bisschen aus wie Schlumpfhausen. Aber wenn man näher rankommt, dann erkennt man, wie groß diese Felsformationen wirklich sind. Entstanden sind sie, weil Vulkane wie der RGS hier jede Menge Asche abgelagert haben. Aus der Asche ist dann Tuffgestein geworden und das wiederum ist von Erosion abgetragen worden. Bis auf diese Feldschlote, die stehen geblieben sind und die auch Feenkamine genannt werden. Angeblich, so erzählt es eine alte Legende, gibt es in dieser Gegend böse Feen. Und die locken Männer in diese Feldschlote, um sie dort zu verbrennen. Aber wer denkt sich bloß so gruselige Geschichten für eine so wunderschöne Gegend aus? Komisch. Die skurrilen Formen der Felspyramiden lassen die Fantasie bizarre Blüten treiben. Entstanden sind sie durch eine Laune der Natur. Die vulkanischen Ablagerungen sind nicht gleich. Weiche Tuffschichten wechseln sich ab mit härteren Lavaschichten. Wo die Deckschicht aus Lava fehlt oder verwittert, greift die Erosion den Tuff schnell an. Unter den harten Lavadeckeln können aber bis zu 50 Meter hohe Türme wachsen. Doch die Türmchen werden nicht nur von den Baumeistern der Natur bearbeitet. Seit 2000 Jahren hinterlassen Menschen hier ihre Spuren. Die Feenkamine wurden ab dem 5. Jahrhundert gar zu Lebensrettern. Feindliche Völker, Araber und Perser, plünderten und mordeten entlang der Handelswege, die diese Region durchzogen. Und die Tufflandschaft entpuppte sich als ideales Versteck. 300 Jahre lang fanden Menschen hier Schutz. Im frühen Mittelalter suchten die Bewohner Kappadokiens Einsamkeit und Frieden. Sie sollten die Kulturgeschichte Europas in besonderer Weise prägen. In dieses weiche Tuffgestein kann man ganz prima eine Wohnhülle kratzen. Und deshalb hätte sich Fred Feuerstein hier wahrscheinlich pudelwohl gefühlt. Es waren aber nicht die Feuersteins, die sich hier niedergelassen haben, sondern vor allem frühe Christen. Die haben dann aber nicht nur einzelne Wohnhüllen, sondern gleich ganze Städte in die Tiefe getrieben. So wie diese hier. Die größten davon boten schätzungsweise 10.000 Menschen Platz. Das waren regelrechte unterirdische Labyrinthe. Die reichten mindestens 10 Stockwerke weit in die Tiefe. Hier unten waren sie vor Überfällen halbwegs sicher. Und wenn die Feinde doch mal hier ins Tunnelsystem eindrang, dann haben die Christen, die ja gewaltlos leben wollten, solche Mühlsteine in die Tunnel gerollt und gebetet. Im Untergrund Kappadokiens wuchs eine Keimzelle des Christentums. 3000 unterirdische Felsenkirchen zeugen von der Entschlossenheit der kleinen Sekte, deren Glaube zur Weltreligion werden sollte. Zur Blütezeit gelangen die Christen unter byzantinischer Herrschaft. Eine neue Ära beginnt. Im vierten Jahrhundert bekennt sich zum ersten Mal ein Kaiser zum Christentum, Konstantin. Er ist es auch, der einen strategisch einmaligen Ort für die neue Hauptstadt wählt, den Bosporus. Im Jahre 330 wird aus Byzanz Konstantinopel. Die neuen Herrscher bauen ihre Metropole pompös aus, bis sie als größte und reichste Stadt Europas und des Mittelmeerraums gilt. Hier, am Bosporus, ist das Zentrum eines Imperiums, das sich über drei Kontinente erstreckt und über tausend Jahre besteht, das Byzantinische Reich. Konstantinopel gilt als uneinnehmbar, bis eine neue Weltmacht aus dem Osten vorrückt, die Osmanen. Die Stadt ist das letzte Bollwerk in dem bereits eroberten Reich. Im Mai 1453 fällt Konstantinopel an Sultan Mehmed. Dieses Bauwerk ist das erste Ziel des siegreichen Sultans, die größte Kirche der Christenheit, Hagia Sophia. Von diesem architektonischen Meisterwerk waren die muslimischen Eroberer total beeindruckt. Und das ist ja auch kein Wunder. Schließlich war das hier damals die größte Kirche der Welt. Und ihr Bau hat umgerechnet auf heutige Währung ungefähr viereinhalb Milliarden Euro gekostet. So was macht man natürlich nicht einfach platt. Deshalb wurde nur ein bisschen umdekoriert. Koransuren über die Christusbilder, Halbmond statt Kreuz, Glocken weg und draußen ein paar Anbauten. Seither säumen Minarette die ehemals christliche Kirche. Die zeigen der ganzen Welt, wer die neuen Herren sind. Die Osmanen nennen die Stadt Istanbul. Und sie bringen eine neue Religion mit, den Islam. Nicht nur in der Hagia Sophia wurden Islam und Christentum miteinander verwogen. Auch im Harem der Sultane treffen die Weltreligionen aufeinander. Viele Haremsdamen sind Christinnen aus den eroberten Nachbarn. So werden die meisten Prinzen und Sultane von Christenfrauen geboren. In einem anderen Palastbezirk bekehrt man christliche Buden zum Islam und bildet sie aus. Auf ihnen soll eins der Stolz des Osmanischen Heeres ruhen. Sie werden zu Janitscharen, hervorragenden Kriegern, dem Sultan treu ergeben. Die Janitscharen sind die Elite-Truppe der Osmanischen Armee und über lange Zeit die in Europa am meisten gefürchtete militärische Einheit. Wichtiger Teil der Armee ist ein Heer von 7000 Falknern. Mit Falken, Geiern, Weihen und Sperbern sichern die Jäger des Sultans die Ernährung seiner Heerscharen und sein Ansehen. Für Sultan und Edelleute waren Raubvögel Prestigeobjekte. Ungefähr so wie heute ein teurer Sportwagen. Und genau wie die Straßenflitzer, oh, das tut ganz schön weh, wenn du so zubeißt. Und genau wie die Straßenflitzer sind auch diese Vögel getunt. Sie sind angepasst an ihr Hochgeschwindigkeitsleben. Das hier, das ist ein Sperber, spezialisiert auf halsbrecherische Flugmanöver und ausgestattet mit extra langen Beinen und Fängen zum Beutegreifen. Die Falknerei, das war ein mittelalterlicher Machosport. Obwohl die Tiere selbst, die Jagdvögel, das sind immer Weibchen. Die sind nämlich größer, schneller und stärker. So viel dazu. Der Spitzenflieger unter den Jagdvögeln ist der Wanderfalke. Er ist das schnellste Tier der Erde. Ein Falke ist wendiger und präziser als jeder Kampfjet. Das Design seines aerodynamischen Körpers stand Pate für die Pläne der Entwicklungsingenieure. Schon ein junger Falke ist bereits mit allem ausgestattet, was er für seine späteren Beutezüge braucht. Sein wichtigstes Instrument, die Augen. Sie sehen doppelt so scharf wie die menschlichen und ermöglichen den perfekten Rundumblick. Der Grund, er hat eine Sehgrube mehr als der Mensch. So kann er sich orientieren und gleichzeitig die Beute fixieren. Seine Augen sind gut geschützt. Der Falke hat eine Nick-Out, ein durchsichtiges Augenlid, das er im Sturzflug vor die Augen klappt. Auch seine Nase ist speziell angepasst. Kleine Dornen im Naseneingang verwirbeln die Luft, damit der Falke auch im Sturzflug atmen kann. Ohne sie würde der enorme Luftdruck seine Lungen zum Platzen bringen. Aber seine Spezialausrüstung nutzt dem jungen Falken zunächst nichts. Ohne seine Eltern ist er noch völlig hilflos. Fliegen lernen ist eine harte Schule mit vielen Übungsstunden. Auf dem Lehrplan steht unter anderem, im Flug nach anderen Falken greifen. Seine wichtigste Lektion, Tauben sind verdammt schnell. Bei einer Verfolgungsjagd hat er keine Chance. Nun sind seine besonderen Fähigkeiten gefordert. Die Jagdtechnik der Falken ist es, sich wie ein Stein vom Himmel fallen zu lassen. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Der Moormehr und ich, wir werden das jetzt mal ausprobieren. Der Moormehr und ich, wir werden das jetzt nicht mehr nachvollziehen. Der Falke braucht keine Hilfsmittel, auch nicht um sicher zu landen. Doch ohne Risiko ist der freie Fall auch für den Meisterflieger nicht. Sein Sturzflug ist ein präzise geplantes Manöver. Etwa einen Kilometer von seiner Beute entfernt taucht er ab und fällt in perfekter Tropfenform vom Himmel. Wenn er unkontrolliert mit seinem Opfer zusammenschlägt, endet das für beide tödlich. Kurz bevor er seine Beute erreicht, bremst er ab. Hochgeschwindigkeitsflieger leben gefährlich, aber die Türkei bietet den Falken perfekten Lebensraum. Mehr als 90 Prozent des Landes bestehen aus Gebirge, ein Greifvogelparadies. Auch Geier ziehen hier ihre Kreise, über eine Landschaft voll von Spuren einer uralten Kultur. An einem besonderen Ort im Südosten haben die Menschen ihre Verehrung für die Vögel einst in Stein gemeißelt. Hier stehen riesige Monumente, bis zu fünf Metern hoch und zehn Tonnen schwer. Auf ihnen abgebildet sind Geier. Ihre Darstellung erinnert Archäologen an eine Herrscherfigur. Welche Rolle spielte das Tier? Die Vermutung, hier wurden einst rituelle Bestattungen gefeiert. Und Geier hatten die Aufgabe, die Seelen der Toten von ihren Körpern zu befreien. Das Heiligtum von Göbekli Tepe, dem Nabelberg, liegt im sogenannten fruchtbaren Halbmond. Ein deutscher Forscher wurde 1994 auf das Gebiet aufmerksam. Hier war ein seltsamer Hügel, den die Natur niemals so geformt hätte. Darauf ein heiliger Baum, der angeblich Wünsche erfüllt. Hier begann er zu graben. Was er enthüllte, sollte die bisherige Vorstellung von der Menschheitsgeschichte über den Haufen werfen. Die Forscher fanden lediglich Knochen von Wildtieren. Das bedeutet, die Menschen, die diesen Tempel gebaut haben, waren noch Jäger und Sammler. Die Datierung der Monumente förderte eine Sensation zutage. Sie sind mindestens 11.000 Jahre alt. 6.000 Jahre älter als Stonehenge. Niemals hätte man einfachen Jägern solche Kunstfertigkeit zugetraut. Opferschalen lassen darauf schließen, dass die Menschen hier eine wichtige Kultstätte errichtet hatten. Bisher galt die Überzeugung, nur sesshafte Kulturen bauen Tempel. Dieser Fund vermittelt ein völlig anderes Bild. Auch eine Jäger- und Sammlerkultur kann Heiligtümer errichten. 48 Großpfeiler haben Archäologen bisher freigelegt. Auf einem Gelände von 5000 Quadratmetern. 95 Prozent der Anlage vermuten sie noch unter der Erde. Zu einer Zeit, in der die Menschen noch als Nomaden lebten, gab es hier bereits ein Großbauprojekt, das Arbeitsteilung erforderte. Womöglich war dies der entscheidende Anstoß zur Erfindung einer revolutionären Technik, der Landwirtschaft. Schließlich musste man die vielen am Bau Beschäftigten versorgen. Erbgutanalysen beweisen, dass die Urheimat des Weizens in der Nähe des Nabelbergs in Anatolien liegt. Hier entstand aus wilden Gräsern unser Getreide. Dort zähmten die Menschen auch Wildtiere zu Nutztieren und machten sich damit unabhängig von der Jagd. Die Vorfahren unserer Rinder kamen einst von jenseits des Bosporus. Unsere Kühe sind türkische Migranten. Es heißt ja immer Ackerbau und Viehzucht, sondern eines der Grund dafür gewesen, dass die Menschen vor ungefähr 11.000 Jahren sesshaft geworden sind. Aber das stimmt überhaupt nicht. Denn zumindest die Viehzucht, die kann man ganz prima auch unterwegs erledigen. Hier in der Türkei sind die Yörök ein Beispiel für diese nomadische Lebensweise. Überall auf der Erde gibt es solche Nomadenvölker. Und das beweist, man kann sehr wohl gleichzeitig Nomade und Viehzüchter sein. Aber Ackerbauern, die müssen wirklich Wurzeln schlagen. Gute Kucki-Jörsch, ja? Nein, miss, miss. Stinkt ein bisschen die Kamele. Ja, miss, miss. Der Rhythmus von Aussaat und Ernte der neuen Nutzpflanzen zwingt die Menschen zum Verharren. Aber gleichzeitig sichert die Landwirtschaft erstmals die Ernährung vieler Menschen. Die Bevölkerungszahlen steigen, die Siedlungen florieren und befeuern den kulturellen Austausch. Ein fundamentaler Epochenwechsel in der Menschheitsgeschichte. Anders als heute ist die Gegend üppig grün. Im fruchtbaren Halbmond vollzieht sich der Wandel zur Sesshaftigkeit. Das Ende der Eiszeit sollte die Geschichte Europas in eine neue Richtung lenken. Viele Forscher meinen, dass es die Schwarzmeerflut war, die einen entscheidenden Anstoß dazu gab. Vor 7000 Jahren verschlechtern sich die Lebensbedingungen in der heutigen Türkei. Völkerwanderungen setzen ein. Abrupt endet der Tempelbau am Nabelberg. Die Klimaflüchtlinge der folgenden Jahrhunderte werden ihre Spuren in ganz Europa hinterlassen. Jenseits des Posporus treffen die Menschen auf Jäger- und Sammlerkulturen. Ihr mitgebrachtes Wissen breitet sich rasch aus. Landwirtschaftliche Techniken tauchen fast zeitgleich in Deutschland, Österreich, Tschechien und Polen auf. So verhelfen die Einwanderer aus der Türkei den alten Europäern zu Kultur und Wohlstand. In der Frühzeit der Geschichte waren die Menschen eher keine Vegetarier. Dazu wäre das Nahrungsangebot auch viel zu knapp gewesen. Und deshalb waren die ersten Haus- und Nutztiere auch keine neuen Freunde, sondern bloß lebendiger Proviant. Trinken konnten unsere Vorfahren die Milch ihrer Tiere allerdings nicht. Davon wäre ihnen schlecht geworden. Denn bis vor ungefähr 6000 Jahren litten eigentlich alle Menschen unter einer Laktose-Unverträglichkeit. Na, jetzt bleib mal stehen! Das änderte sich erst, als die Evolution einen neuen Menschentypus hervorbrachte. Ah, den Milch-Bubi! Unser Erbgut verrät eine erstaunliche Geschichte. Eine Mutation im Genom unserer Vorfahren ließ ein neues Enzym entstehen, die Laktase. Sie erst macht Milchzucker für uns verwendbar. Menschen mit dieser Mutation konnten Milch auch im Erwachsenenalter gut verdauen. Plötzlich verfügten sie über eine reichhaltige neue Nahrungsquelle. Ein entscheidender Überlebensvorteil. Heute stammen die meisten Europäer von dieser Milch-Elite ab. Milchtiere wurden damit noch wichtiger. Und jeder Feind der Herden eine Bedrohung für die Lebensgrundlage der Menschen. Mythen und Legenden verbreiteten weltweit das Bild vom bösen, gierigen Isegrim. Auch in der Türkei jagten die Menschen den Wolf gnadenlos. Noch bis 2003 galt er hier als Schädling, war frei zum Abschuss. Und das, obwohl die türkische Mythologie besagt, dass die Türken ihr Leben und ihr Land einer Wölfin verdanken. Ein Tier voller Mut, Treue und Fürsorglichkeit. Nach allem, was wir heute wissen, charakterisiert dieses Bild den Wolf viel besser. Ein einzelnes Tier ist chancenlos. Es ist weder besonders schnell, noch besonders stark. Überleben und erfolgreich auf Beute zugegehen kann er nur im Team. Umso wichtiger ist es für ihn, seine Gefährten richtig zu verstehen, ihre Mimik richtig zu deuten und mit Spiel Vertrauen aufzubauen. Forscher wissen heute, dass die Ordnung in einem Wolfsrudel nicht auf Angst und Aggression aufbaut, sondern auf engen Bindungen. Ein Rudel ist eine Familie, bestehend aus den Eltern und ihren Jüngsten, sowie den ein Jahr älteren Geschwistern aus dem Vorjahr. Diese helfen bei der Aufzucht der Jungen. Die Kleinen lernen, ihren Platz im Rudel zu finden und sich mit ihren Familienmitgliedern zu arrangieren. Genau diese Fähigkeit, Stimmungen anderer zu deuten und treu zu Familienangehörigen zu stehen, sollte die Nachfahren des Wolfes einmal zum besten Freund des Menschen werden lassen. In der Türkei haben Viehzüchter den Wolf an den Rand der Ausrottung gebracht. Nun soll ausgerechnet einer seiner Nachkommen helfen, seinen Bestand wieder aufzubauen. Die Beziehung zwischen Wölfen und Schafen, die ist ja traditionell so ein bisschen angespannt, oder? Was sagst du dazu? Aber er hier, er soll jetzt Abhilfe schaffen. Ein türkischer Kangal-Hund. Im Rahmen eines UN-Projektes wachsen Lämmer und Welpen gemeinsam auf. Und das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und in deren Verlauf wird er ihn gegen jeden Angriff verteidigen. Denn wenn er mal ausgewachsen ist, dann sieht ein Kangal-Hund so aus und hat eine gewaltige Beißkraft. Dann nimmt jeder Wolf reiß aus. Und dann müssen die Hirten ihn nicht erschießen. Genau das ist die Kernidee der türkischen Artenschützer. Je mehr Kangal-Hunde, desto mehr Wölfe. Rund 7000 Wölfe verschiedener Unterarten gibt es inzwischen wieder in der Türkei. Das Land bietet ihnen Raum für ihre großen Territorien und verschiedenste Lebensräume, Wälder, Steppe und Gebirge. Die landschaftliche Vielfalt bedingt auch den außergewöhnlichen Artenreichtum. Hier leben 9000 Pflanzenarten. 1800 sind endemisch. Sie kommen nur in der Türkei vor. Die besondere Geologie beschert dem Land seine vielen Gesichter. Kollidierende Erdplatten warfen lange Gebirgszüge auf, getrennt durch tiefe Täler und Hochebenen. Auf engem Raum entstanden so isolierte Standorte mit unterschiedlichen Lebensbedingungen. Ein Motor für Vielfalt. Der unruhige Untergrund treibt diese Vorgänge bis heute an. Die meisten Gebirge auf unserem Planeten, die schrumpfen durch Erosion. Aber hier, im Taurusgebirge, da ist das anders. Das wächst nämlich. Und zwar ungefähr so viel. 0,8 Millimeter im Jahr. Für ein Gebirge ist das wirklich eine Menge. Jedenfalls mehr, als durch Erosion wieder abgetragen werden kann. Deshalb werden diese Berge immer höher und diese Schluchten immer tiefer. Wind und Wasser wirken natürlich auch hier. Sie formen die Landschaft. Und das Wasser, das ist dabei nicht nur an der Oberfläche aktiv, sondern auch im Untergrund. Aus der in der Tiefe zerrissenen Türkei brodeln über 300 Thermalkwellen. Erhitzt vom Magma und mit einer reichen Fracht an Mineralien aus der Erdkruste. Die Kalkterrassen von Pamukkale sind Zeugen dieser Vorgänge. Jede Sekunde dringen 250 Liter karbonathaltiges Wasser aus der Tiefe empor. An der Luft fällt Kalk aus. Mehrere Tonnen pro Tag. Der Kalk stammt aus einer Zeit, als hier der Urozean Tetis wogte. Vor 80 Millionen Jahren hob sich der Meeresboden und mit ihm die heutige Türkei. Ihr Fundament sind die Kalkskelette alter Meeresbewohner. Die geologischen Vorgänge sorgen nicht nur für gleißende Kalkterrassen. Nebenan blühte einst die antike Stadt Hierapolis. Ihren Reichtum erlangte sie durch die besondere Heilkraft der Thermalquellen. Die alten Griechen und nach ihnen die Römer hatten eine ausgeprägte Badekultur. Schon möglich, dass die vielen heißen Quellen die Türkei zu einer Hochburg der Antike werden ließen. Die Tetis hat noch ein Vermächtnis hinterlassen. Wo Kalk ist, kann Marmor entstehen. Seit Jahrtausenden, über die gesamte griechische, römische, byzantinische, osmanische und neuzeitliche Kulturepoche, zehrt die Türkei von ihrem Marmorreichtum. Steinzeitjäger, die Bauern der Bronzezeit, Hittiter, Assyrer, die alten Griechen. Perser, Römer, Urchristen, byzantiner, Osmanen, die alle und noch viel mehr waren hier. In so einer Gegend ist eine Burg wie diese hier, knapp 1000 Jahre alt, also quasi noch ein Neubau. Auch unser ältester Actionheld, Odysseus, soll sich angeblich ab und zu mal in diese Gegend verirrt haben. Die Geschichte mit den Sirenen, also diesen Fabelwesen, die Seefahrer mit ihrem Gesang in die Ehre leiten, die könnte von mir stammen. Diese Sirenen, die waren natürlich keine realen Lebewesen. Oder vielleicht ja doch? Tatsächlich halten damals seltsame Gesänge weit übers Meer. Doch wahrscheinlich stammten sie nicht von mythologischen Verführerinnen, sondern von Tieren aus Fleisch und Blut. Mönchsrobben. Homer schreibt in seiner Odyssee noch von großen Robbenherden. Für Seefahrer galt es als gutes Omen, den Tieren zu begegnen. Robben standen unter dem Schutz Poseidons. In der Ära der Römer war es vorbei mit dem Schutzstatus. Für die Römer waren die leicht zu jagenden Robben nur ein willkommenes Futter für die Armeen. Sie rotteten die Tiere nahezu aus. Früher gab es die Mönchsrobben im gesamten Mittelmeerraum und auch im Schwarzen Meer. Heute leben die Robben nur noch an den Küsten Griechenlands und der Türkei. Lange Zeit hatte man befürchtet, sie seien schon ausgerottet. So lange waren sie niemandem mehr begegnet. Als in den 70er Jahren überraschend Filmaufnahmen der Tiere auftauchten, war dies eine Sensation. Mittlerweile sind Mittelmeermönchsrobben die seltensten Säugetiere in ganz Europa. Dass es sie überhaupt noch gibt, verdanken sie einer besonderen Strategie. Die allerallerletzten Robben, die haben nur überlebt, weil sie schlau sind und einen sicheren Ort gefunden haben. Die ziehen sich in solche Höhlen zurück, deren Eingang liegt oft unter der Wasseroberfläche. Man muss also hier rein tauchen. Ein absolut sicheres Versteck. Und deshalb bringen die Robben hier drin auch ihre Jungen zur Welt. Forscher überwachen die Robben mit Kameras. Sie sollen möglichst ungestört bleiben. Und ein Jahr lang bleiben die Jungen in der Höhle. Eine neue Überlebensstrategie. Denn zur Zeit der alten Griechen zogen die Mönchsrobben ihren Nachwuchs noch am Strand auf. Die besondere Geologie der Türkei ist die Rettung für die Tiere. 8500 Kilometer zerklüftete Küsten bieten perfekte Bedingungen für ihr Versteckspiel. Die Höhlen und Teile der Küstengewässer stehen inzwischen unter Schutz, um die rund 500 bis 600 letzten Robben ihrer Art zu bewahren. Naturräume für eine einzigartige Lebewelt, geologische Zufälle, die Hochkulturen gelockt haben. Das Tor zum Orient. Die Türkei hat uns viele Geschichten zu erzählen. Nicht nur Ackerbau und Viehzucht, viele zivilisatorische Impulse, die kamen aus diesem Land mit seiner reichen Geschichte. Oder anders gesagt, ein bisschen türkisch sind wir alle. Das war Faszination Erde aus der Türkei. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder in Südafrika. Bis dahin bleiben Sie fasziniert. Das Buch zur Sendung erhalten Sie im Handel und im ZDF-Onlineshop. Und am nächsten Sonntag.